Musik Der Blick richtet sich auf den Anfang der heutigen Fußgängerzone in der Ludwigstraße. Im Hintergrund sieht man das Münster. Die äußere Erscheinung der Häuser hat sich in den über 70 Jahren kaum verändert. Obwohl dieser Ort nun eine tägliche Anlaufstelle für viele Ingolstädter Jugendliche ist, wissen die meisten eigentlich nichts über die jüdische Vergangenheit dieser Gebäude. Musik Dieses Geschäft gehört Moritz zu Schülern und seiner Familie. Moritz zu Schülein hat 1894 einen Prozess gegen eine antisemitische Zeitung geführt und sogar gewonnen. Beleidigungen wie Schmulchen, Jützig, Jütlein waren unter anderem der Grund für diese Auseinandersetzung. Das Gericht kam zu folgendem Urteil gegen den Redakteur der Zeitung. In Anbetracht der schweren Kränkungen, welche in gänzlich ungerechtfertigter Weise einem zur Übung eingezogenen Offizier an den Kopf geschleudert wurden, um ihn bei seinen Kameraden zu diskreditieren, verurteilte das Gericht den Redakteur Geisler zu einer Gefängnisstrafe von drei Wochen. Aus der Allgemeinen Zeitung des Judentums Berlin, 7. Dezember 1894. Musik Am 9. November 1938 wurden wir zur Synagoge in die Theresienstraße geschickt, Auf den ersten Blick wirkt das Haus relativ unscheinbar. Für die Ingolstädter Juden war es jedoch ein wichtiges Gebäude, denn hier befand sich seit Ende des 19. Jahrhunderts die örtliche Synagoge. Zugleich lebte dort eine jüdische Familie. In der Theresienstraße 28 wohnt Dr. Raphael Lux. Raphael ist als Stabsarzt im Ersten Weltkrieg an der Front tätig gewesen. Er ist in Ingolstadt ein geachteter Frauenarzt und Geburtshelfer. Obwohl er gedient hatte, wird er trotz allem vertrieben und verachtet. Dies führt zum Freitod durch eine Tablettenüberdosis. Bis 1933 lebt die Familie Löwenfels hier in der Ludwigstraße 11. und zieht später in das Haus am Paradeplatz 5. Während dieser Zeit besucht die Tochter Luise Löwenfels die höhere Mädchenschule des Klosters Gnadental. Dort kommt sie dem christlichen Glauben näher und wird auch später Christin. Trotzdem wird sie nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ihr Schicksal verdeutlicht die grausame Vorgehensweise des Nationalsozialismus. Hier wird nicht die Auslebung der Religion, sondern die jüdische Abstammung verfolgt. Ein Teil der Familie Hermann flieht aus ihrem Haus in der Milchstraße 9. Mit vielen anderen Juden fahren sie mit einem Schiff nach Havanna, wo ihnen allerdings das Visum verwehrt wird. Über Umwege gelangen sie später nach Belgien und werden von dort aus nach Auschwitz deportiert. Über Umwege gelangen sie später mal in der Milchstraßeen. Bis zum nächsten Mal. Im Kreis und Auschwitz! Untertitelung des ZDF, 2020